Das offene Fenster, Teil 2 Als Paul wieder zu sich kam, befand er sich in einer riesigen Wodka-Flasche. Ihm war ein bisschen schwindlich, denn er war erst 15 Jahre alt. Darum hatte er noch nie Wodka gerochen oder gar getrunken. Er hörte ein schallendes Lachen von außerhalb der Flasche. Paul drehte sich um und sah Gerlinde. Ja, es war Gerlinde. Sie hatte gelacht. Sie hatte Paul gedroht, seine Finger zu schnipsen und seine Ohren zu drehen. Aber sie war eigentlich doch tot, oder? Paul hatte viele Fragen. Warum bin ich hier? Was soll diese riesige Flasche? Warum muss mir das passieren? Ah! Als Paul alle Fragen an Gerlinde gestellt hatte, war er nicht sehr viel beruhigter, denn sie hatte auf keine seiner Fragen geantwortet. So ein Mist, rief Paul. Denn plötzlich begann Wasser in die Wodka-Flasche zu laufen. Von allen Seiten kam es hereingestrümmt. Nein, 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 rief Paul. Das Wasser stieg immer höher und höher. Bald reichte es Paul bis zum Mund. Das bedeutete ein sichereres Ende. Aber plötzlich stoppte das Wasser schlagartig. Dafür kamen jetzt Blitze aus den Wasserrohren geschossen. Also Wasser war da Paul ehrlich gesagt lieber. Aber es war zu spät. Ein Blitz hatte die Wasseroberfläche getroffen. Paul führte einen Schlag und war zum zweiten Mal an diesem Tag bewusstlos. War das Pauls Ende? Natürlich war das nicht das Ende von Paul. Wir wollen ja nicht übertreiben. Auch zum zweiten Mal an diesem Tag wachte Paul aus seiner Ohnmacht und befand sich klatschnass mitten auf dem pinkfarbenen Sofa. Das wäre eigentlich Grund genug gewesen, erneut in Ohnmacht zu fallen. Aber zweimal am Tag sollten reichen. Direkt neben ihm saß nun Gerlinde. Auf dem Kopf trug sie ihren Trepperhut. Sie murmelte unverständliche fremdländische Worte. Jungabdazu, Rambedesi, Raza, Raza. Paul schaute irritiert. Doch bevor er etwas fragen konnte, nahm Gerlinde ihren Trepperhut ab, hing ihn wieder an die Wand neben das Gewehr, kehrte zurück zu dem verblüfft reinen schauenden Paul auf dem Sofa, wandte sich an ihn und begann zu reden. Paul, das alles hier muss für dich sehr verwirrend sein. Aber ich beobachte dich schon lange durch mein Kuckrohr. Du bist genau der Richtige. Wofür bitte schön, rief Paul mit zitternder Stimme. Du hast soeben den Aufnahmetest bestanden. Blitz in Wodkaflasche. Das schaffen nicht viele. Nun bist du reiner von uns. Was? Ich will keiner von euch sein. Ich bin doch Paul aus der Wimmelstraße. Das warst du, entgegnete Gerlinde. Nun bist du die Nummer 42-8, mein Nachfolger. Wie bitte? Schrie Paul. Da begann Gerlinde ihm alles zu erklären. Sie war eine Agentin, die aufgeblungen ist und dadurch ihre Identität ändern musste. Daher hatte sie den Tod vorgetäuscht, um fortan in Ruhe und Frieden zu leben. Keiner hatte ihren vorgetäuschten Tod erkannt, außer Paul. Und keiner war so mutig gewesen, der ganzen Sache auf den Grund zu gehen, außer Paul. Und daher war klar, nur Paul konnte ihre Aufgabe zu Ende bringen. Er sollte in Gerlindes Auftrag die Machenschaften der Cody-Brüder weiter ausspionieren. Paul verschlug es die Sprache. Kann das wirklich wahr sein? Davon hatte er schon immer geträumt. Paul, der Weltretter. Paul, der Superheld. Paul, der Agent. Er sprang auf, wollte Gerlinde umarmen und machte einen großen Satz nach vorne und knallte gegen etwas Haltes. Als er sich benommen aufrappelte, hörte er Gelächter um sich herum. Und eine tiefe Stimme, die er allzu gut kannte, aber nicht sehr gerne hörte. Paul, 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 mal wieder du. Wie typisch, wieder mal am Tag träumen. Aber nachdem du schon hier vorne an der Tafel stehst, kannst du doch gleich mal den Satz des Pythagoras ausrechnen. Verdattert nahm Paul die Kreide von seinem Mathelehrer Herr Kranich entgegen, schritt langsam zur Tafel und schrieb in großen Buchstaben Grüße an Gerlinde. Dann fiel er um. Das war das offene Fenster Teil 2. Eine Timosa Audio Produktion aus dem Jahre 2020. Dann fiel er um. Dann fiel er um. Gleich zweit raids.